Hallo ihr Lieben, wir sind heute für euch beim Show-ins-Land-Reisen-Cup in Gummersbach, wo heute für die gute Sache gekickt wird. Es geht einmal darum, die Lukas-Bodolski-Stiftung zu unterstützen und die Stiftung Tapfere Kinder von Rainer Kallmund. Wir freuen uns schon auf die Promis, es sind noch keine da, aber die kommen bestimmt gleich. Und ja, wir sind natürlich gleich für euch dabei. Bis dann, tschüss! Ich habe meinen Lieblingskölner gefunden, Willi. Dein Lieblingskölner, tschüss, ich komme aus Düsseldorf. Du schaffst mich, wie hab ich das verdient und so weiter. Wenn du jetzt mal so zurückguckst, zu mir gucken, nicht zur Frau Tumala. Wenn du nochmal Promi-Bodolski zurückschaust, ist das wirklich so, dass du da abschalten kannst und sagst, ich habe so eine Gesundheit, leck mich im Arsch Einstellung? Oder ist das schon manchmal schwer, so einen Shitstorm mal eins zu decken? Seit 18 Jahren, oh scheiße, bin ich alt, ey! Ich habe zwei Jahre in der Türkei gespielt, ich habe viele türkische Freunde. Die erste Frage wäre, was ist spannender, wenn Autos in die Luft fliegen oder wenn Tore geschossen werden? Es kommt immer auf den Verein an, der spielt. Ich drücke die Daumen, obwohl du aus Köln kommst. Du hast das auch. Mach es gut. Mach es gut. Ja, lau, ne?